Hallo und herzlich Willkommen bei Stift im TV. Ich bin die Coco, begleite ich heute die Sarah beim Shooting. Die ist schon vorne am Set. Das ist die Sarah. Die beiden shooten heute. Habt ihr was Bestimmtes vor? Ja, wir machen ein bisschen was für Haudib, ne? Genau. Für ein Label aus der Tuning-Szene. Das wollen wir heute machen. Wollen wir mit Motorrädern was machen heute hier? Dann zünden wir mal schön ein paar Bengaulus an. Lassen wir die Sarah mal machen. Und dann habe ich die Fußkonzern, jetzt noch mich. Jetzt ist alles voll klar. Genau. Entspann dich mal kurz. Was denn? Bitte nicht langsam kalt. Ah ne, dann fülle ich die ganze Zeit deinen Pupo. Nur Pupo ist blöd. Wir sind gewöhnt. Wir sind gewöhnt. Musik 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 Sehr geil. Sarah ist fertig. Und auch durchgefroren. Es ist ziemlich kalt hier. Ich wollte nochmal Danke sagen, dass ich dabei sein durfte. Ja wir danken auch. Man kennt dich ja auch schon so von Conventions und von Fotos. Und wie bist du so dazu gekommen? Ich mache das jetzt glaube ich schon seit zweieinhalb Jahren. Was machst du da so? Mit der Tattoo Erotica mache ich viel. Da war ich ja auch auf dem Cover und mit der Bildstrecke vorbei. Ähm, ja viel mit Crime Culture. Das war Becken. Was halt recht schnell auch recht viel dazugebricht. Ich habe mir die Fotos mal angeguckt. Da warst du noch so ein Ombud und ein Lehrer. Das ist alles noch im Planung aber. Ja, ja. Also Shooting war ja auf jeden Fall auch richtig cool. Gerade die Sachen mit den Bengalos und Motorrädern und so. Das kommt halt immer cool. Ist auch mal was anderes. Danke, dass ich euch auch bleiben wollte. Wir beide shooten jetzt nicht. Danke schön. Tschüss. Tschüss.